Fäde und Raubritter, die Geißel des Mittelalters oder Propaganda der Städte. Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und wie eben gesagt geht es um Fäden und Raubritter. Und die große Frage ist dabei, ist das wirklich so? Ist das Mittelalter eine Zeit ständiger Kämpfe? Ist es so Faustrecht jeder, der mächtig genug ist, tut was er will? Ist alles voll mit Raubrittern, die jeden überfallen? Oder haben wir es hier mit Konzepten zu tun, die übertrieben sind? Haben wir es vielleicht sogar mit der städtischen Propaganda, also der Feinde der Raubritter zu tun, die das Bild geprägt haben? Das schauen wir uns heute an. Gar kein Raubrittertum ist das Angebot von Holy. Da gibt es die Probierpacks, die kann ich euch sehr ans Herz legen. Es gibt Holy Energy, Holy Ice-Tee und Holy Hydration. Alles ein Pack mit verschiedenen Geschmäckern, durch die man sich wunderbar durchprobieren kann. Habe ich auch gemacht, so bin ich zu Holy gekommen. Dazu gibt es dann auch noch einen Rabattcode, den finde ich unter dem Video. Und damit ist das erst recht keine Wegelagerei, sondern ein wirklich gutes Angebot. Wir hatten gerade den 1. April. Ich habe mich da so ein bisschen beteiligt mit der lustigen Meldung von Manor Lords. Letztes Jahr gab es von Holy aber einen April-Scherz. Nämlich die extra große Packung Crapefruit-Giraffe. Das war witzig. Ich habe es auch sehr amüsiert. Diesmal haben sie eins draufgesetzt. Sie haben es umgesetzt. Es gibt den tatsächlich im großen Pack. Und das Allerbeste daran ist, ohne Frage, der dazugehörige Löffel. Ist das nicht großartig? Kann man tatsächlich vorbestellen. Ist auf der Seite. Ist zu bekommen. Also sie haben den April-Scherz jetzt komplett umgesetzt. Ich habe es schon probiert. Schmeckt herber als die meisten anderen Sorten, aber nicht zu herber. Also ich bin ja nicht so der Riesenfreund von Crapefruit mit voller Pulle. Aber das hat mir tatsächlich gut geschmeckt. Also allein dieser Löffel lohnt sich. War für mich ein Grund, es haben zu wollen. Eigentlich in der gesamten Menschheitsgeschichte finden wir so Sachen wie Vendetta, Blutrache, Fede, Fede zwischen Sippen und auch die ältesten Erzählungen, die wir in Nordeuropa so haben. Das Hildebrandlied oder das Nebelungenlied handeln letztlich genau von diesen Themen wie Blutrache und Sippenfede. Auch frühe Gesetzestexte kennen ein Recht auf Fedeführung. Teilweise war das eher schon Pflicht. Wenn man geschädigt wurde, wenn die eigene Familie geschädigt wurde, musste man das sühnen in irgendeiner Art und Weise. Ebenso als in die Versuche, das einzudämmen und zum Beispiel durch Wehrgeldzahlungen einzugrenzen. Hier zum Beispiel im Sachsenspiegel. Das ist eines der wenigen Bilder, wo wir Wehrgeldzahlungen im Mittelalter tatsächlich abgebildet haben. Man sieht hier, ein Mord ist geschehen, der mit der Axt eindeutig, und dafür wird Geld gezahlt. Und es gibt diese Wehrgeldzahlungen in allen möglichen Varianten. Da gibt es regelrechte Kataloge, dafür Bußgeldkataloge. Auch schon seit dem 7. Jahrhundert sind die aufgeschrieben worden. Die Höhe der Strafen nach Wert des gestohlenen oder zerstörten Gutes, dem sozialen Stand des Geschädigten oder der schwere etwaiger Verletzungen bemaßt. Auch wichtig hat man einen Freien getötet, einen Unfreien. Das spielt da alles rein. Und das Wort Wehrgeld, das Wehr darin ist, ist das selbe Wort wie bei Wehrwolf. Es heißt so viel wie Mann. Manngeld, so wie der Wehrwolf der Mannwolf ist, ist das das Manngeld, das man zahlen muss für solche Schädigungen. Schon bei den Karolingern, 1802 finden wir, dass der Königsbann, also die ganze königliche Rechtsgewalt, aufgeboten wird, um Geschädigte zur Annahme einer Buße statt Blutrache zu bewegen. Also da haben wir so die, das hängt auch mit dem Verbreitung des Christentums natürlich zusammen, dass man versucht, die Leute dazu zu bewegen, statt Blutrache zu fordern und so eine Spirale der Gewalt anzugehen, einfach eine Buße akzeptiert, also zum Beispiel ein Wehrgeld. Und der Königsbann, also immerhin die königliche Macht wird da eingesetzt. Man merkt also, es ist so die Bewegung von der Blutrache weg. Man will das Ganze möglichst unterbinden. Trotzdem ist die Fede grundsätzlich ein übliches Mittel im Mittelalter gewesen. Interessen durchzusetzen. Im Mittelalter ist es tatsächlich so, Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge. Selbst wenn ich ein Gericht angerufen habe, selbst wenn ich zum König gegangen bin und er sagt, ja, du hast Recht, ich habe keine staatliche Exekutive, die ich dazu bringen kann, mir zu meinem Recht zu verhelfen. Gibt es nicht. Es gibt weder Polizisten noch Gerichtsvollzieher noch sonst irgendetwas. Ich kann natürlich mit viel Glück den König dazu bewegen, wiederum seine Macht einzusetzen. Wird er in den allermeisten Fällen nicht tun, weil dafür gibt es einfach zu viele rechtliche Streitereien. Und daher ist grundsätzlich das Recht eines Freien im Lauf des Mittelalters immer mehr eines Adeligen oder eines Ritters, für sein Recht selber einzustehen, ist grundlegend für das Rechtssystem und auch ein wichtiger Teil des Selbstverständnisses. Als Freier, beziehungsweise später als Ritterbürtiger, ist es mein Recht, mir zu meinem eigenen Recht zu verhelfen. Ich darf das, ich darf mich wehren, ich darf mich auch gegen Beleidigungen wehren und da sind wir letztlich im Thema der Fäde. Im 11. Jahrhundert entsteht gegen die Fäde dann die sogenannte Gottesfriedensbewegung, Pax Dei oder Troiga Dei. Dazu werden wir gleich nochmal kommen. Die Pax Dei oder Gottesfrieden versucht die Fäde zumindest einzuschränken. Natürlich auch zum Schutz der Kirchengüter, das ist so ein ganz wichtiger Punkt dabei. Dazu werden Feiertage oder auch die Fastenzeit aus der Fäde ausgenommen. Ebenso Frauen, Kleriker oder der Bauer hinter dem Pflug, also arbeitende Bauern. Ebenso bestimmte Orte wie Friedhöfe, öffentliche Plätze, Straßen, Brücken oder Mühlen und natürlich Kirschen und alles sonstige Kirschliche wie Klöster und ähnliches. Später werden dann sogar bestimmte Wochentage ausgenommen, eben in der Troiga Dei, der Waffenruhe Gottes. Das ist ein bisschen eine Abwandlung von der Gottesfriedensbewegung, aber das ist so eine ganz breite Bewegung, die in Frankreich ihren Ursprung nimmt. Die Kirche ist da eben involviert, aber auch andere Träger und man versucht eben diese ständige Fäde-Wesen einzudämmen. Auch weil man merkt, es behindert. Also gerade so Handelsbeziehungen, die ja in der Zeit immer mehr zum Plühen kommen, wenn Straßen oder Gegenden wegen einer Fäde unsicher sind, dann ist das ein Problem. Und um das zu unterbinden, kommt es eben zu dieser Bewegung. Die ist nicht so wahnsinnig erfolgreich tatsächlich, führt aber letztlich zur Idee des Landfriedens. Der Landfrieden waren ursprünglich erstmal Bündnisse. Man einigt sich auf eine bestimmte rechtliche Grundlagen, wie die Gerichtshoheit oder eben die Auswirkungen der Fäden. Es gibt zum Beispiel Städte, die sich zusammenfinden. Zum Beispiel der Rheinische Städtebund entsteht während des Interregnums, also einer Zeit, in der tatsächlich auch ein gewisses Machtvakuum da ist, um Fäden zu unterbinden. Und es gibt in diesen Bündnissen ähnliche Ausnahmen wie im Gottesfrieden. Die wenigsten davon untersagen die Fäde komplett, auch weil die Beteiligten natürlich ihr Fäderrecht nicht eingeschränkt sehen wollen. Es geht meistens um das Fäderrecht der anderen. Und dann haben wir eben wieder genau diese Dinge an bestimmten Tagen, an bestimmten Orten. Es gibt dann auch Regeln dazu. Und es ist der Begriff des Landfriedens. Landfriedensbruch ist heute noch ein Strafbestand. Also die Idee hat sich bis heute gehalten, dass es innerhalb eines Landes einen Landfrieden gibt, den man einhalten sollte. Und durch diese Landfriedensbündnisse bildet sich ein Regelwerk für die Fädeführung heraus. Eine Fäde braucht erstmal einen Grund. Es kann ein verlorener Rechtsstreit sein. Also selbst wenn ich nicht Recht bekommen habe, ist es noch Grund für eine Fäde. Aber ich darf nicht einfach so aus Habgier oder so etwas eine Fäde führen. Es muss irgendwie eine Begründung dafür geben. Eine Fäde muss erklärt werden. Zum Beispiel mit einem Fädebrief. Und nach der Erklärung soll je nachdem, welches Regelwerk wir haben, ein bis drei Tage Frieden gehalten werden. Das wird auch teilweise umgangen. Also man sendet zum Beispiel Fädebriefe an eine Burg, von der man weiß, da ist der Burgherr gerade gar nicht. Der ist auf einer anderen Burg oder einem anderen Ort. Und man schickt trotzdem den Fädebrief zu ihm und sagt, ja, du hast ihn noch erhalten. Ja, quasi Eingang zählt. Und da wurde auch tatsächlich immer wieder Tricks gemacht oder man schlägt wirklich direkt nach dem Ablauf der Frist zu. Das ist gar nicht unüblich. Das Töten einer Fäde Unbeteiligter war oft verboten. Erlaubt dagegen war das Wegtreiben von Vieh und sogar das Niederbrennen von Häusern. Da haben wir hier zum Beispiel im Wolfwerker Hausbuch dieses Bild. Kennen die meisten von euch vermutlich. Das ist tatsächlich kein normaler Überfall. Man sieht hier, es ist eine Fäde. Zum einen wird das Vieh weggetrieben. Oben rechts sieht man es ganz gut. Zum anderen, ihr müsst die beiden unteren Bilder mal wegnehmen. Das sind nämlich Überfälle. Die haben mit dem Fädebild nichts zu tun. Das ist die Kinder des Mars. Also ganz verschiedene Arten. Hier haben wir Raubmord, hier haben wir Überfall auf einen Pilger. Aber das ist in der Mitte, das zentrale Motiv. Das ist die Fäde. Denn ihr seht da, dass die Bauern gar nicht groß mit Waffen angegriffen werden. Also die Häuser werden abgefackelt. Das ist durchaus noch drin. Also Wegtreiben von Vieh und Niederbrennen von Häusern ist in Ordnung. Aber das Töten der Bauern ist nicht so ohne weiteres in Ordnung. Und deswegen haben wir hier zum Beispiel die Szene, dass die Frau sich mit dem Krug verteidigt. Bei einem anderen Überfall, einem kriegerischen Überfall, wäre das gar keine so gute Idee. Oder auch die Frau, die mit dem Spinnenwirtel da zuschlägt. Das wäre nicht wirklich zu empfehlen. Eines der Regelwerke, die dann wirklich Verfassungscharakter bekommen, ist die goldene Bulle. Das ist so die Regel über die Rechte und Pflichten der Kurfürsten. Über die Umstände der Königswahl steht da ganz viel drin. Aber in Punkt 17 werden eben auch Aussagen über Fäden gemacht. Wer unter Vortäuschung eines gerechten Grundes anderen am unrechten Ort und zu unrechter Zeit Fäde ansagt und mit ihnen Brand, Raub und Plünderung Schaden zufügt, wird von uns verehrlos erklärt. Und da Täuschung und Betrug niemanden beschützen sollen, verfügen wir mit diesem stets geltenden Gesetz, dass solche Fädeankündigungen ungültig sein sollen, die gegen Herren und Personen gerichtet sind oder werden, mit denen man in Gemeinschaft, in vertrautem Umgang oder in ehrlicher Freundschaft gelebt hat. Es ist auch nicht erlaubt, unter dem Vorwand der Fäde mit Brand, Raub oder Plünderung Jünger zu überfallen, wenn die Fädeankündigungen nicht drei ganze Tage vorher dem Gegner persönlich oder an seinem gewöhnlichen Wohnsitz öffentlich kundgetan wurden und diese Ankündigung durch drei glaubwürdige Zeugen bewiesen werden kann. Es gibt auch noch ein paar andere Punkte, aber tatsächlich merkt man, dass hier ein Regelwerk aufgestellt wird bzw. bestätigt wird. Wir verbieten und verdammen alle unechten Kriege und Streitigkeiten, ferner alle Unrechten, Brandstiften, Räuberei, Plünderungen, so die unrechtmäßigen und ungewohnten Zölle und Geleite und schließlich alle Abgaben, die gewöhnlich für diese Geleite erpresst werden, bei den Strafen, die nach den ehrwürdigen Gesetzen für vorstehende Untaten zu verbüßen sind. Ihr merkt von der Formulierung, das ist als Gesetz nicht hieb- und stichfest. Also ein heutiger Jurist würde es auseinandernehmen, aber man merkt den Sinn dahinter. Man will versuchen, die Fäden auf die gerechten Fäden zu begrenzen. Ob es sowas gibt, kann man drüber diskutieren, aber man kann eben sagen, dass man hier versucht, das Ganze in gesetzliche Bahnen zu bringen. Der Fädeprief, da gibt es einmal dieses wunderschöne Bild aus der Schweizer Chronik, da haben wir nämlich genau einen Gesandten, nämlich einen Gesandten des Herrn von Ahrberg, der nach Bern einen Fädeprief überbringt. Und dieser Stock, dieser gespaltene Stock mit dem Brief darin, das ist die Art, wie tatsächlich ein Fädeprief überbracht wird. Das ist auch so eine etwas herabwürdige Art. Man überreicht ihn nicht selbst, man überreicht ihn an der Stange. Da gibt es dann auch Fälle, wo sowas auch tatsächlich als Beleidigung verwendet wurde, wo es sich gar nicht um einen Fädeprief gehandelt hat. Aber das ist eben so das typische Bild, der Reiter mit dem Abzeichen, dass er seinem Herrn dient, der einen Fädeprief überbringt. Und wie so etwas aussieht, hier haben wir einen Fädeprief von 1437. Das ist der Absagebrief, ein Absagebrief nach Nürnberg. Relativ einfach gehalten. Und diese Fädepriefen hießen eben auch Absagebriefe, Wieder- oder Aufsage. Einer der bekanntesten ist der Brief, den die Bürger von Soest an Bischof Dietrich von Mörs schicken. Und der ist sehr kurz. Er lautet nämlich, Fertig. Aus, Schluss, vorbei. Das war's. Damit haben sie im Prinzip eine Fäde erklärt und sich gleichzeitig noch vom Erzbistum Köln gelöst. So ist der Fäde. Ist dann so, ob es noch eine Fäde bleibt. Über den Unterschied zum Krieg reden wir gleich nochmal. Aber das hat offenbar gereicht. Es gibt auch eine sehr schöne Anekdote, die hatte ich schon mal in einem Video. Die Bürger von Colmar haben einen Fädebrief bekommen, und zwar einen französischsprachigen, den sie abgelehnt haben, mit der Aussage, dass bei ihnen keiner weltsch, also französisch, lesen könne. Was in Colmar, im Elsass, eher wie eine Ausrede klingt. Aber man sieht eben auch, es gibt Gründe, mit denen Fädebriefe abgelehnt werden. Das hindert den Fädebetreiber nicht daran, zu rauben und zu plündern. Aber wenn das tatsächlich, also wenn diese Meinung der Absage bestehen bleibt, dann ist das alles kriminell. Wir müssen bedenken, alles, was in der Fäde passiert, ist legal. Ich darf legal andere überfallen, ich darf Häuser niederbrennen, ich darf Vieh stehlen, ich darf andere Leute schädigen. Wenn ich die Fäde erklärt habe, ist das alles legal. Daraus kann man mir vor Gericht keinen Strick drehen. Und man darf nicht unterschätzen, wie viele Rechtsfälle wir im Mittelalter immer noch haben. Also die haben sehr gerne gegeneinander geklagt. Das ist alles legal, wenn es sich innerhalb einer Fäde bewegt. Ist die Fäde nicht ordentlich gestellt, dann ist das alles illegal, dann sind das alles Verbrechen. Auch wenn ich über die Fäde hinaus Dinge tue. Also wir haben vorhin die Orte, Mühlbrennerei, Mühlbrenner ist so ein Wort im Mittelalter für einer, der eine Mühlinie gebrannt hat, weil da geht es an die Lebensversorgung. Das geht zu tief. Also ein Mühlbrenner, der hat seine Ehre mehr oder weniger verloren. Das ist so, sollte man besser vermeiden. Es gibt nicht nur die eigentlichen Fädeteilnehmer, es gibt auch Fädehelfer. Also man kann sich an einer solchen Fäde anschließen. Das erklärt man zum Beispiel durch einen kürzeren Brief. Damit ist man Teilnehmer, dann ist man ebenfalls Teil dieser Fäde. Man braucht auch da Gründe, aber solche Fädehelfer kommen immer wieder vor. Also wenn so große Fäden ausgerufen werden, dann hagelt es von allen Seiten Fädehelfer, die ihre Teilnahme erklären. Das ist ganz gewöhnlich. Die Frage ist jetzt, wie unterscheidet man eine Fäde von einem Krieg? Im Deutschen gibt es diesen Unterschied. Wir haben nun mal die beiden Wörter. Wenn wir ins Lateinische gehen, auch in die Schriftsprache der Zeit vor allen Dingen, gibt es diesen Unterschied schon gar nicht mehr. Also das ist schwierig. Auch da wird dann von Bellum geredet und so. Es gibt manchmal auch die Unterschiede zwischen große Reiterei und kleine Reiterei. Letztlich kann man es nicht abgrenzen. Es ist eher eine Frage der Größe. Ein Krieg läuft auf einer anderen Ebene als eine Fäde. Eine Fäde ist zum Beispiel zwischen zwei Rittern oder zwischen einer Stadt und anderen Beteiligten. Bei Krieg haben wir größere Bündnisse, haben wir größere Landesherren. Vom Herzog, Fürst, Margraf bis zum König oder Kaiser. Dann sind wir im Bereich Krieg. Und natürlich spielt auch die Größe eine Rolle. Also aus Fäden können Kriege erwachsen. Am Rande von Kriegen haben wir Fäden. Es gibt Kriege, die als Fäde bezeichnet werden. Zum Beispiel die Sosterfäde. So etwas wie Stiftsfäden. Wenn zum Beispiel die Nachfolge eines Bischofs unklar ist, wenn die sich streiten. Dann gibt es eben auch oft etwas, was als Stiftsfäde bezeichnet wird. Nicht als Stiftskrieg. Zum Beispiel Kölner Stiftsfäde ist ganz bekannt. Die Belagung von Neuss ist ein Teil der Kölner Stiftsfäde. Wir haben die Mainzer Stiftsfäde, die auch relativ heftig war. Also da ist es wirklich schwer zu sagen. Im Idealfall ist es eben so, dass die Fäde versucht, andere nicht zu töten. Das ist zumindest das Übliche. Man versucht, Leute gefangen zu nehmen, gegen Geld wieder freizulassen. Im Krieg ist Töten, auch wenn Ritter da eher gut dabei stehen, weil sie zu wertvoll sind und oft auch gefangen genommen werden, ist im Krieg das Töten implementiert. Das heißt nicht, dass man es im Einzelfall abgrenzen kann. Also es ist tatsächlich so ein Ding, Fäde vom Krieg abzugrenzen. Das haben schon Historiker versucht. Also Otto Brunner hat es zum Beispiel mal versucht. Aber auch die neuere Geschichtsforschung sagt, so einfach ist es halt nicht. Ist ganz schwierig. Wichtig ist halt, dass die Fäde und damit auch das Ersist-Gefühl mit dem Ritterstand untrennbar verbunden ist. Also ein Ritter hat ja sein Ehrgefühl und wenn man dagegen verstößt, dann hat man eine Fäde an der Backe. Sowas wie Zweikämpfe, Duelle, was man auch oft mit Rittern hat, das ist eine Übertragung aus späteren Zeiten. Also so Duellwesen haben wir dann in der frühen Neuzeit. Ganz bekannt, drei Musketiere, Frankreich im 17. Jahrhundert. Die Idee, dass man aus einer Beleidigung dann einen Zweikampf irgendwo macht. Nicht wirklich. Ich habe das mal im Lab ausgedrückt, mit einem Rittercharakter, der zum Duell befragt wurde, sowas machen wir nicht. Wenn ihr mich beleidigt, dann komme ich mit meiner Familie und zünde eure Burg an und töte eure Familie. Also etwas größer. Und das ist letztlich. Also einen Ritter zu beleidigen führt nicht dazu, dass man einen Zweikampf an der Backe hat, sondern man hat eine Feder an der Backe. Was viel, viel Größeres. Also richtig groß. Fäden können natürlich auch beigelegt werden. Entweder indem ich meinen Gegner vernichte, aber eben diese Gottesfriedensbewegung, auch die Landfriedenbewegung, sind immer mehr darauf ausgerichtet, dass die Fäde eben nicht mit Gewalt beendet wird, sondern es zum Ausgleich kommt. Um eine Fäde zu beenden, wird dann die sogenannte Urfäde geschworen. Wenn ich die Urfäde schwöre, dann schwöre ich, die Fäde für beendet zu erklären und sie auch nicht mehr weiter aufzugeben. Die wichtigste Schwur, es zeigt, wie sehr sich Leute teilweise sträuben, die Urfäde zu schwören. Wir haben nachher zum Beispiel ein schönes Beispiel. Da geht jemand lieber in Haft, als die Urfäde zu schwören, weil nach der Urfäde ist er raus. Man kann es natürlich weitermachen, aber dann ist man seinen Ruf endgültig verlustig gegangen. Also wenn man nach der Urfäde noch weiter Fäde führt, dann ist man nicht mehr so richtig vertrauenswürdig. Also da sieht man auch so, Eide haben im Mittelalter eine gewisse Bedeutung. Die werden nicht sehr leichtfertig genommen. Das Fädewesen wird dann immer stärker bekämpft. Es gibt immer mehr verschriftliche Landfrieden, zum Beispiel der ewige Landfrieden 1495 auf dem Reichstag zu Worms, der das Fäderecht unbefristet widerruft. Die Ritter haben demnach kein Fäderecht mehr. Wie sehr das Ganze funktioniert, werden wir noch sehen. Also selbst 1534 erklärt der Kölner Kaufmann Hans Kohlhase, muss ich zwei Dinge erklären, Hans Kohlhase ist die Vorlage für die Literarische Figur Michael Kohlhase. Also bekannte Figur. Und Köln meint in dem Fall den Teil Köln, oder das Köln ist heute Teil von Berlin ist. Also wir befinden uns da in Brandenburg. Und 1534 erklärt dieser Hans Kohlhase noch die Fäde, weil ihm zwei Pferde unter dem Verdacht eines Viehdiebstahls abgenommen worden waren. Und auch der wird immer noch von seinem Landesherrn, Kurfürst Joachim I. von Brandenburg gedeckt. Also wir haben ja einen Kaufmann, der eine Fäde erklärt und die auch selber durchführt. Es gibt dann, weil es so spät ist, haben wir ganz, ganz umfangreiche Vermittlungsversuche. Also es gibt da immer wieder Versuche, das zu schlichten. Selbst Luther schreibt Kohlhase einen Brief, in dem er ihn zufrieden aufruft. Der lässt sich aber nicht ganz befrieden, der, also es ist schwierig zu sagen, was er genau alles getan hat, aber er treibt wohl ziemliches Unwesen. Auch wenn die sächsische Seite gegen die er Fäde führt, das sehr übertreibt. Die dann wiederum fliegende Gerichte nach Brandenburg schickt und ich glaube irgendwie zwischen 200 und 300 angebliche Komplizen hinrichtet. Also absurd. Am Ende wendet er sich dann gegen seinen eigenen Landesherrn und wird verhaftet und hingerichtet. Also geht für ihn nicht gut aus, aber spannenderweise haben wir tatsächlich noch eine Fäde. Und wir werden jetzt am nächsten Thema sehen, wie lange die Fäden noch fortgeführt werden. Denn das Thema Fäden in der frühen Neuzeit ist dann untrennbar verbunden mit der Figur der Raubritter. Das Wort Raubritter ist tatsächlich kein Mittelalterliches. Das taucht um 1800 zum ersten Mal auf. Es gibt einen Roman, der das Wort beinhaltet, der sich auf, also einen fiktiven Raubritter beinhaltet, der aber auf Götz von Berlichingen bezogen ist. Und dann gibt es um 1800 auch ein historisches Werk, das diesen Begriff zum ersten Mal verwendet, also relativ naheinander. Zeitgenöhnliche Begriffe sind Placker oder Plecker. Teilweise von Predonis wird gesprochen. Heckenreiter ist ein Wort, das es gibt. Also im Englischen wäre es der Hedge Knight. Sowas gibt es da tatsächlich. Die Burgen der Ritter werden teilweise als Raubhäuser bezeichnet. Schon die Novelle von Maya Helmprecht, die zwischen 1250 und 1280 entstanden ist, berichtet vom Sohn eines Mayers, der sich einer Räuberbande anschließt. Also erst träumt er von einem ritterlichen Leben. Er kommt irgendwie an eine bestickte Haube, die ihn wie ein Adeligen aussehen lässt. Deswegen träumt er von ritterlichem Leben. Am Ende schließt er die Räuberbande an, zieht Plündern durchs Land. Und hier fällt der Begriff Raubritter nicht. Aber Helmprecht bekundet eben den Willen, ein Ritter zu sein. Und auch die anderen Räuber in seiner Gruppe scheinen ritterbürtig zu sein. Nimmt natürlich kein gutes Ende mit ihm. Auch der wird am Ende verstümmelt, später hingerichtet. Aber da haben wir tatsächlich im Hochmittelalter oder im ausgehenden Hochmittelalter schon ein Beispiel für etwas, was wir einen Raubritter nennen würden. Raubritter ist problematischerweise immer auch die städtische Sichtweise. Wir haben es hier einfach mit Propaganda, zu tun von beiden Seiten. Und die sogenannten Raubritter, gerade der frühen Neuzeit, haben durchaus einen Punkt. Die haben durchaus Gründe, das zu tun. Haben wir auch gleich ein sehr schönes Beispiel. Erstmal die Zentralisierung der landesherrlichen Macht. Also im ausgehenden Mittelalter die Landesherren, die Fürsten, die Herzöge schaffen es, die Macht an sich zu ziehen. Der Ritterstand, dem geht es gar nicht so gut. Der Übergang von der Naturalwirtschaft auf die Geldwirtschaft macht denen Probleme. Auch, dass die Rüstungsentwicklung immer schneller wird. Und es immer teurer wird, eine aktuelle Ausstattung zu haben, die man braucht. Es gehört zu den Pflichten eines Ritters, dem jeweiligen Herrn Kriegsdienst zu leisten. Das alles wird wahnsinnig teuer. Auch eine Burg. Wir reden im Hochmittelalter oft von Hölzern, Burgen, von Motten und Ähnlichem. Im Spätmittelalter braucht man schon eine Steine, eine Burg. Das ist alles gar nicht so einfach. Und die Landesherren profitieren eben von diesem Rückgang, von dem Niedergang, möchte ich nicht sagen, aber von diesen Problemen. Sie ziehen zum Beispiel Lehen, die zu ihnen zurückfallen, ein. Die werden nicht mehr vergeben. Im Sachsenspiegel wird noch gesagt, dass man das nicht tun sollte, dass Lehen immer neu vergeben werden sollte. Diese Herren, die nicht bei sich behalten sollen, die Landesherren im Spätmittelalter in der frühen Deutschland, machen genau das. Außerdem ziehen sie die Gerichtsbarkeit wieder an sich. Weg von den Rittern, die hatten lange die Gerichtsbarkeit, ziehen die die Gerichtsbarkeit an ihre Höfe und an ihre Gerichte weg von den Niederadligen hin zu Juristen. Wir reden da von ausgebildeten Juristen, die haben studiert und die übernehmen mehr oder weniger Gerichtsbarkeit. Also auch das fällt weg und damit natürlich auch Einnahmen. Rechtsprechend hat auch immer Einnahmen. Man muss das Gericht bezahlen. Außerdem gibt es eben die Zölle und Wegrechte. Ritter haben oft Wegrechte oder Zollrechte, müssen dafür die Straße instand halten, müssen sie auch schützen. Die Städte ignorieren das nur gerne. Wenn Nürnberg so auf dem Weg nach Frankfurt mit einem Geleitzug kommt, der mal eben von 120 berittenen Söldnern begleitet wird, dann ist denen völlig egal, ob da ein kleiner Ritter seinen Zoll einfordert. Und das eskaliert nach und nach. Das heißt, die Ritter haben immer weniger Einnahmen, haben mehr Ausgaben, viele Ritter verarmen und es trifft vor allem die reichsunmittelbaren Ritter. Die Ritter, die in Regionen sind oder die direkt einem Landesherr unterstellt sind, die haben da gar nicht so die großen Probleme, die haben noch genug zu tun. Die reichsunmittelbaren Ritter, die haben die größten Probleme, haben aber auch die ältesten Rechte. Also reichsunmittelbar bedeutet, man ist dem Kaiser direkt untertan. Man hat keinen Herrn mehr dazwischen. Es können verschiedene sein, also auch die Landesherren, die Kurfürsten sind reichsunmittelbar, Städte sind reichsunmittelbar, viele Klöster sind reichsunmittelbar, aber eben auch die Ritter. Und dann gibt es eben Gebiete, wie zum Beispiel die Wetterau, das ist da, wo ich momentan noch lebe, Mittelhessen, Franken oder Schwaben, da hat es sehr viele reichsunmittelbare Ritter. Franken zum Beispiel, weil es keinen fränkischen Herzog mehr gibt. Die Herzoginwürde ist vakant, es gibt mehrere Adel, die das gerne sein würden, zum Beispiel die Burggrafen von Nürnberg versuchen, eine Zeit lang die Herzoginwürde zu erhalten. Aber dafür gibt es viel zu viele freie Städte, es gibt viel zu viele klerikale Regionen, also Würzburg, Bamberg, Eichstätt sind ja alles Bistümer. Es gibt Klöster, das Ganze ist viel zu zerstreut, um daraus wieder ein Herzogtum zu machen. Und da gibt es viele, viele reichsunmittelbare Ritter. Und die haben eben das Problem, wie gesagt, weniger Einnahmen. Der Kriegsdienst wird für sie immer schwieriger, denn der Kaiser hat zwar ab und zu mal Kriege, aber der Kaiser nimmt immer mehr Söldner in seine Dienste oder auch, wenn wir Neues ansehen, die freien Städte. Also er ist gar nicht mehr so auf seine Ritter angewiesen. Der Herrbann, der wird immer seltener ausgerufen und damit fehlen natürlich Einnahmen. Das wurde bezahlt, es gibt keine Beute. Das trifft die reichsunmittelbaren Ritter durchaus stark. Gegen die werden vor allem auch gerne Städtebünde gegründet. Ich habe ein ganzes Video über Städtebünde, die sind immer gerne gegen solche Ritter gerichtet, vor allem gegen die Burgen, die Wege kontrollieren. Der Schwäbische Bund zerstört zum Beispiel 1523 auf einer Strafexpedition 23 Räubernester. Also Burgen, 23, mal eben so. Die Macht haben sie. Und in diesem Spannungsfeld finden wir eben das, was später als Raubritter bezeichnet werden wird. Es gibt ein paar sehr berühmte Beispiele. Wir haben zum Beispiel Eppelein von Geilingen. Der wird um 1320 geboren, stirbt 1381 und ungefähr so kann man sich so einen Ritter der Zeit vorstellen. Das ist jetzt ein andere, ist ein Grabmal, aber da sieht man ungefähr die Ausstattung. Das sind wir im 14. Jahrhundert. Ich finde es immer ganz wichtig, gerade bei Raubrittern, weil da so viele Bilder zusammenkommen, die mit der Realität gar nicht viel zu tun haben. Also hier haben wir im Prinzip noch Ringpanzer, der durch einen Plattenrock verstärkt wird. Aber wir sind noch relativ weit entfernt von den spätmittelalterlichen oder von den spätgotischen Hanichen des späten 15. Jahrhunderts. Und diese Eppelein von Geilingen ist das klassische Beispiel eines kleinen Ritters, der kaum noch die nötige Ausstattung eines Berufskriegers aufbringen kann. Sich aber in der Fede seines Herrn, das Graf von Hohenloh, mit dem Nürnberger Burggrafen beteiligt. 1375ern kommt er der Hinrichtung in Nürnberg, was dort zur Legende wird. Denn dieser Legende nach ist er mit dem Pferd, mit dem Mauer der Kaiserburg entkommen. Kann man heute noch in einer viel späteren Mauer Spuren sehen. Die wurden da reingemeißelt, hat damit nichts zu tun. Aber das macht ihn schon zu Lebzeiten relativ berühmt. Mit Erlaubnis Kaiser Karls IV. wird dann sein Stammsitz zerstört. Und 1377 einigen die Graf von Hohenloh mit dem Burggrafen von Nürnberg. Und Eppelein erhält keine Entschädigung. Er ist jetzt im Prinzip mittellos. Er hat keine Länderei mehr, hat keinen Sitz mehr. Und dadurch fängt er eben an, tatsächlich Raubzüge durchzuführen. Vor allen Dingen gegen Nürnberger Händler. Natürlich ist das wieder eine erklärte Fede. Er sieht sich als Ritter in der Fede. 1381 wird er dann eigentlich gefangen genommen und den Neumarkt in der Oberpfalz durch Rädern hingerichtet. Und das haben wir häufiger. Also wenn gerade so Städte Nürnberg zum Beispiel in Fede mit einem Ritter sind, dann machen sie das nicht im Kleinen. Dann machen sie das relativ groß. Es sind da Geschäftsinteressen gefährdet. Und dann wird gerne mal ausgezogen, die Burg zerstört, der Ritter gefangen genommen, in Nürnberg vor Gericht gestellt und hingerichtet. Das ist nur so halb legal. Also gerade ein Ritter in der Fede, gerade auch Eppelein, ist die Frage, ob das nach damals geltendem Recht legal gewesen wäre. Es kümmert aber die Stadt im Prinzip nicht. Und der Kaiser sieht dabei zu. Gerade Karl IV. Vierte ist auf die Städte durchaus angewiesen und auch spätere Kaiser halten da eher still, als einem kleinen Ritter zur Seite zu stehen. Und da haben wir genau das Problem, in dem wir Ritter im Späten Mittelalter häufiger mal haben. Das berühmteste Beispiel, da sind wir schon nach dem Mittelalter, eine frühe Neuzeit, ist Götz von Berlichingen. Das ist mit Abstand der berühmteste, wahrscheinlich der berühmteste deutsche Ritter überhaupt und der berühmteste Raubritter. Eben so sehr, dass später das Wort Raubritter in einem Roman aufkommt, der sich an ihm orientiert. Er ist um 1480 geboren, stirbt 1562 auf seiner Burg Hornberg. Hier habe ich einmal das Wappen, das Götz von Berlichingen oder der Familie von Berlichingen, das im Prinzip unverändert bis heute existiert. Und hier habe ich auf einer Glasmalerei ein Bild von ihm. Also wie gesagt, wir sind in der frühen Neuzeit. Die Rüstung, die er hat, ist schon deutlich nachmittelalterlich und eben auch diese hohe Stirn und der Bart und die Frisur findet man auch zum Beispiel auf Kupferstichen dieser Zeit. Das ist ungefähr eine ganz glaubwürdige Darstellung von ihm. Er sieht jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich aus, ist aber tatsächlich ein ziemlich erfahrener Kriegsmann gewesen. Er ist das Letzte von zehn Kindern. Also Erbe ist dünn und eigentlich hätte er schon gar keine ritterliche Ausbildung mehr genießen sollen. In der Zeit kommt man in den Hofdienst. Er besucht erst eine Klosterschule, tritt dann eben in den Hofdienst ein, bittet 1499 aber darum, eine ritterliche Ausbildung zu bekommen. Das wird ihm gewährt. Er wird knappe bei einem Ritter, also tatsächlich so altmodische Ausbildung. Und er beteiligt sich dann an diversen Fäden und Kreuzzügen. Im Pfälzer Erbfolgekrieg ist er involviert. Da kämpfen übrigens auf jeder Seite jeweils mehrere Brüder von Götz gegeneinander. Und in seiner Autobiografie, das Spannende an Götz von Berlichingen, wir haben eine eigenhändige Autobiografie von ihm. Und darin zählt er alleine 15 eigene Fäden an. Unter anderem mit Nürnberg, Ulm oder Köln. Er übernimmt auch geradezu gewerbsmäßig die Fäden anderer. Er ist eine Art Fädeunternehmer. Also wir sind hier, wenn er mitgezählt hat, mehrere Jahre nach dem Verbot der Fäden durch den ewigen Landsfrieden. Und trotzdem führt er das weiter. Scheint ihm egal zu sein, wie einigen seiner Zeitgenossen auch. 1504 verliert er dann vor Landshut seine rechte Hand durch den Schuss einer Feldschlange, die den Knauf seines Schwertes trifft. Feldschlange ist ein relativ kleines Geschütz, noch relativ mobil. Dieser Knauf zerbierst und trennt ihm die Hand ab. Und erhalten sind zwei eiserne Hände. Hier habe ich die spätere von beiden. Die ist schon technisch ziemlich ausgereift. Also man kann die Finger arretieren, man kann sie biegen, man kann sie arretieren. Der ganze Mechanismus ist oben in der Hand. Der Stulpen unten ist nur zur Befestigung am Armstumpf. Und es gab so auch Untersuchungen. Also man kann damit auch ein Schwert halten. Man kann es nicht führen, man kann es halten. Man kann sogar eine Schreibfeder halten. Es würde funktionieren. Und das ist jetzt die bessere von beiden Händen. Wahrscheinlich seine Sonntagshand quasi. Es gibt noch eine einfachere, die ist eben so erhalten. Und abgesehen von der, ich kenne noch mindestens drei weitere Hände aus der Zeit. Es gibt eine, also was heißt mindestens, es gibt eine in Florenz, aber in der Sammlung im Museo Stibbert gibt es gleich mehrere solche Hände. Aber diese eine ist zumindest aus der Zeit. Es gibt in Darmstadt noch eine. Und es gibt mindestens drei ähnliche Stücke. Das ist also gar nicht so unfassbar besonders. Und auch in der Autobiografie schreibt Götz von Berliching, dass er auf dem Krankenbett auf die Idee gekommen sei, weil er sich erinnert hat an einen Ritter, der ebenfalls eine eiserne Hand hatte. Aber das wird natürlich so sein Markenzeichen. Götz von Berliching, der Ritter mit der eisernen Hand. Der ist natürlich dann auch berühmt geworden durch das Stück von Goethe. Da ist er auch mit dem berühmten schwäbischen Kruz verewigt. Er aber sagt es ihm, er kann mich im Arsch lecken. Das ist so die wahrscheinlich bekannteste Zeile des ganzen Stücks. 1512 verhängt Kaiser Maximilian dann die Reichsacht über Götz von Berliching. Das heißt, er ist jetzt ein Geächteter. Er ist vogelfrei. Ist tatsächlich ein bisschen problematisch, weil er muss sehen, wo er herumläuft. Denn Feinde könnten ihn einfach erschlagen, gefangen nehmen oder sonst etwas. Und sein Rückzugsort wird vor allem Burg Hornberg. Die habe ich gerade jetzt für Bau die Burg besucht. Also wer mehr über die Burg Hornberg sehen will, da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen auf dem SWR-Kanal gibt es die Folge Bau die Burg. Den Link findet ihr unten. Es gibt aber jetzt gerade noch nicht mehr lange auf Twitch die Aufzeichnung unseres Twitch-Streams. Da haben wir anderthalb Stunden lang in Minecraft die Burg Hornberg erkundet. Und wenn ihr die beiden Sachen gesehen habt, dann wisst ihr richtig viel darüber. Götz von Berliching hat diese Burg schon als Jugendlicher kennengelernt, hat sie damals schon gepriesen, fand sie sehr großartig. Und 1517 hat er sie von Konrad Schott von Schottenstein, den wir übrigens auch gleich noch haben werden, für 6.500 Gulden erworben. Er lässt die Burg dann sogar noch erweitern. Gerade den Pallas lässt er umbauen. Hier habe ich nochmal ein Bild vom Innenhof. Also dieser Treppenturm, den man hier sieht. Also man sieht einmal diesen hohen Bergfried, der ist älter. Aber der Turm daneben mit dem Fachwerk Obergeschoss, das ist der Treppenturm. Der ist aus der Zeit von Götz von Berliching. Ebenso dieser Pallas, das ist das Gebäude mit dem Wellblechdach, den hat er nochmal ausbauen lassen. Und das Einzige, was dort wirklich erhalten ist, das ist vor allen Dingen eine Ruine, ist die Kapelle. Die ist heute noch in Betrieb. Die wird noch genutzt, wahrscheinlich für Hochzeiten. Unter den Bängen ist sogar noch eine kleine Krypta mit Holzbohlen abgedeckt. Also da hat man so einen kleinen Eindruck, wie es mal ausgesehen haben könnte. 1519 gerät er dann in die Gefangenschaft des Schwäbischen Bundes. Schwäbischer Bund, habe ich wie gesagt im anderen Video schon mal erwähnt, ist auch gegen solche Ritter oder Raubritter gegründet worden. Er wird in Haft genommen. Allerdings wird er in einem Gasthaus, in der sogenannten ritterlichen Haft gehalten. Es gibt mehrere Fürsprecher, die ihn im Prinzip davor bewahren, im Turm gefangen gehalten zu werden. Und er kommt erst 1522 wieder frei, nachdem er eben die Urfäde geschworen hat. Er lässt sich lieber anderthalb Jahre oder über anderthalb Jahre gefangen halten, bis er dann letztlich die Urfäde schwört und dann zieht er sich auf seine Burg Hornberg zurück. 1525 kommt dann ein ganz besonderes Kapitel in seinem Leben. Er steht an der Spitze des Neckartal-Odenwälder-Haufens im Bauernkrieg. Es ist nicht ganz klar, ob er wirklich willentlich Anführer ist oder ob er eher Gefangener der Bauern ist. Und das Reichskammergericht erklärt ihn später auch für schuldlos. Er sagt, er hat nur da Zwang gehandelt. Er sagt dann auch, er hat zum Beispiel Schlimmeres verhindern wollen. Er hat zum Beispiel Plünderungen vermieden und so weiter. Er hat auch die Vorderung der Bauern abgeschwächt. Er wird für schuldlos erklärt. Und der Schwäbische Bund, gegen den sich dieser Bauernaufstand zum Teil gerichtet hat, lässt sich davon aber überhaupt nicht beeindrucken. Lässt ihn durch einen Gewehrsmann überfallen und der nimmt ihm das Gelübde ab, sich dem Bund zu stellen. Er lässt ihn frei. Er nimmt ihn gefangen, nimmt ihm das Gelübde ab, sich dem Bund zu stellen und lässt ihn dann wieder frei. Für uns eine ausgemachte Sache, da gehe ich nie hin. Götz von Berliching, obwohl er von Freunden gewarnt wird, geht tatsächlich nach Augsburg, wird dort festgenommen und abermals anderthalb Jahre gefangen gehalten. Diesmal allerdings in einem Torturm der Stadt. Er muss abermals die Fäde schwören und diesmal sind die Auflagen strenge. Er darf sich nur noch im Bereich seiner Burg Hornberg aufhalten, nie wieder ein Pferd besteigen und keine Nacht außerhalb seiner Burg nächtigen. Das sind so die Bedingungen. Ziemlich heftig. Und er geht offenbar darauf ein. Und tatsächlich bleibt er auf seiner Burg. Er bleibt in Hornberg, bis er 1540 von Kaiser Karl V. aus seiner Acht gelöst wird. Denn der braucht ihn für seine Kriegszüge gegen die Türken und gegen Frankreich. Es gelingt ihm zum Beispiel, gegen die Türken innerhalb kürzester Zeit 100 fränkliche Ritter zusammenzutrommeln. Die werden eigentlich gar nicht mehr eingesetzt, weil der ganze Kampf geht nicht so aus, wie er sich das vorgestellt hat. In Frankreich geht er tatsächlich in den Krieg. Das ist eine längere Kampagne. Da ist er auch gar nicht erfolglos. Kehrt danach nach Hause zurück und bleibt da letztlich, bis er 1561, nein, Quatsch, 1562 im Alter von über 80 Jahren stirbt. Schon zu Lebzeiten tatsächlich bekannt, auch schon zu Lebzeiten einer der bekanntesten Ritter, überlebt er auch andere, wie zum Beispiel Konrad oder auch Kunstschott von Schottenstein. Das Bild von Dürer, Ritter, Tod und Teufel soll angeblich diesen Konrad Schott von Schottenstein zeigen. Ist nicht ganz klar, ob es wirklich so ist. Und das ist das Wappen der Herren von Schott von Schottenstein. Der war mit Götz von Berlichingen durchaus befreundet. Später wurde er aber von Götz befehdet. Er ist auch der, der Götz von Berlichingen die Burg Hornberg verkauft. Die hatte er oder seine Familie 1474 an den Pfalzgrafen bei Rhein Philipp den Siegreichen verloren. Und 1504 konnte Konrad Schott von Schottenstein die Burg zurückerobern. Tatsächlich im Handstreich. Schott von Schottenstein war bekannt für seine Fäde mit der Stadt Nürnberg, die sich eine regelrechte Propagandaschlacht geliefert haben. Und im Gegensatz zu Götz von Berlichingen hat er keine Biografie hinterlassen, weswegen heute die Vorwürfe der Nürnberger Seite recht einseitig im Raum stehen. Das ist genau das Problem. Bei Götz, der Ruf ist relativ bewahrt worden, weil er eben selber geschrieben hat. Andere sogenannte Raubbritter haben das nicht getan. Und dann haben wir eben genau das Problem, wenn man, ich zitiere mich da selbst, wenn man Raubbritter sagt, ist man schon zur Hälfte auf die städtische Propaganda hereingefallen. Und Konrad Schott von Schottenstein ist eben so das Beispiel für einen nicht ganz so erfolgreichen Fäderitter. Auch der hat jede Menge Fäden, bekriegt sich mit allem und jedem. Wie gesagt, auch Götz übernimmt am Ende eine Fäde gegen ihn, woraufhin er versucht, Götz von Berlichingen gefangen zu nehmen. Als der die letzte Rate seiner Burgbezahlung übergeben will, lässt er eine ganze Stadt absperren, wo Götz von Berlichingen aber wieder entkommt. Letztlich, wie gesagt, Konrad Schott von Schottenstein kommt aus der ganzen Sache nicht ganz so gut. Ebenfalls ein sehr, sehr berühmter sogenannter Raubbritter, der letztlich zum Sinnbild des Untergangs der Ritter wird, ist Franz von Sickingen. Ebenfalls ein Zeitgenosse Götz von Berlichings. Hier haben wir ein Bild von Dürer, das tatsächlich Franz von Sickingen zeigt. So sah der wohl tatsächlich aus. Und hier ist das Wappen. Diese fünf Schneeballen, auch ein ganz bekanntes Wappen, das sich in der Geschichte auch immer wieder auftaucht. Also die Sickingen sind gar kein unwichtiges Geschlecht, die immer wieder in der Geschichte auftauchen. Und auch der ist 1481 geboren, also fast gleich alt wie Götz von Berlichingen, stirbt 1523. Und bis 1515 kümmert sich Franz von Sickingen vor allem um seine Besitzung. Nach dem Tod seiner Frau fängt er dann an, Fäde zu führen. Es wird teilweise geduldet. Also die Landesherren, das hatten wir vorhin ja schon bei Hans Kohlhase, die Landesherren sind zwar auf der einen Seite interessiert, die Fäde einzuschränken, auf der anderen Seite lassen sie wichtige oder zumindest nützliche Untertanen durchaus gewähren. Die lavieren da so ein bisschen um das Ganze herum. Als er dann allerdings mit Götz von Berlichingen eine Fäde mit der Stadt Worms eingeht, wird er geächtet. Daraufhin geht er nach Frankreich, kämpft da für den französischen König, erobert mit 16.000 Landsknechten und 7.000 Reitern die Stadt Metz. Er führt dann noch Fäden in Lothringen gegen Hessen, gegen Frankfurt und 1519 zieht Maximilian I. wieder auf seine Seite. Er lässt ihn wie acht. Franz von Sickingen hat zum Beispiel Kontakte zu Ursich von Hutten, einem der wichtigen Humanisten der Zeit, hat Reformatoren, die er an seinem Hof beherbergt. Also ganz knapp nach der Reformation oder währenddessen stellt er die schon unter seinen Schutz und das bringt ihn dazu, sich politisch zu positionieren. Er lehnt das römische Recht ab, also das, was so im Rechtssystem langsam aufkommt, das römische Recht, beschriebenes Recht mit Prozessen, ähnlich dem, wie wir es heute kennen, aufkommen. Er lehnt das ab, da es Bauern und Niederadlige benachteiligen würde. Es gibt dann auch Schriften aus seiner Hand, also er ist wirklich so, er will diese alten ritterlichen Rechte verteidigen und schließlich ruft er einen Ritterkrieg aus, um das Erzbistum Trier zu säkularisieren. Also im Sinne der Reformation will er daraus einen weltlichen Staat machen, will das Bistum abschaffen. Er kann das wagen, weil zu der Zeit ist er sehr bekannt. Wir reden jetzt von einer Zeit mit Buchdruck, auch mit einer verstärkten, brieflichen Konversation. Er ist tatsächlich im Reich ziemlich bekannt und hat auch viele Sympathien, gerade im Bereich der Ritterbürtigen, überhaupt der Ritter, für die er so eine Art Vorkämpfer für ihre Rechte ist. Es ist ein gewagtes Ding, aber die geschlossene Opposition der Landesherren führt dazu, dass seinem Aufrief so gut wie keine Ritter wirklich folgen. Er hatte gehofft, dass er einen ritterlichen Aufstand entfachen könnte. Ich weiß nicht, ob das mit den Bauernaufständen irgendwie gedanklich verknüpft ist. Wird allerdings nicht passieren. Er muss sich auf seine Burg Nahnstein über oberhalb von Landstuhl zurückziehen und wird von kurpfälzigen und hessischen Truppen belagert, die diese Festung in zwei Tagen sturmreif schießen. Also auch da wieder ein deutliches Symbol für den Niedergang des Rittertums, denn mit der Artillerie ist es ohne weiteres möglich, diese Burg relativ schnell kampfunfähig zu machen. Sicking muss kapitulieren, auch weil er beim Beschuss schwer verletzt worden ist. Er stand direkt an einer Mauer, als sie beschossen wurde und fünf Tage nach dieser Verletzung stirbt er dann auch. Wie gesagt, geradezu vorbildlich für die Ritterbürtigen seiner Zeit, aber er markiert dann auch so ungefähr das Ende der feedeführenden Ritter. Also es ist so, dass die zentrale Macht immer stärker wird, auch immer stärker durchgegriffen wird. Also als feedeführender Ritter muss man jetzt tatsächlich fürchten, dass man dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird. Götz von Berlichen ist eben ein Beispiel. Der ist in seinem Bett gestorben. Er hat durchaus erfolgreiche Fäden geführt, die ihm auch Geld eingebracht haben. Er ist dadurch nicht arm geworden. Er hat mit nichts angefangen, hat am Ende eine sehr prächtige Burg sein Eigen genannt. Andere wie Franz von Sicking wird das Ganze eben zum Verhängnis. Und die Liste ist auch relativ lang. Also die Liste der Ritter, die von den Städten gefangen genommen und hingerichtet werden, ist nicht wirklich kurz. Also wir haben mit der Fäde etwas, was tatsächlich im gesamten Mittelalter existiert hat, was die ganze Zeit da ist, was auch ein grundlegendes Recht der Ritter ist und erst am Ende des Mittelalters bekämpft und eingeschränkt wird, womit wir dann eben, Untergang des Rittertums ist da der falsche Begriff. Wir haben die Transformation des Rittertums. Die Ritter werden immer weniger selbstständig agierende Niederadlige mit militärischer und wirtschaftlicher Funktion. Sie werden jetzt ein Beamtenadel. Sie werden in die Verwaltung eingefügt. Sie werden im Militär gebraucht. Also ritterliche Familien gehen noch lange nicht unter deswegen. Aber wir haben eine deutliche Transformation von dem, was wir im Mittelalter als Ritter bezeichnen und dem späteren Adelstitel des Ritters mit seinen verschiedenen Funktionen. Aber die Fäde ist vom Mittelalter nicht zu trennen. Und für uns klingt das immer nach Faustrecht. Es ist sehr schwierig, das Ganze irgendwie positiv zu sehen. Muss man auch nicht unbedingt. Aber es ist eben in dieser Zeit im Rechtsverständnis sehr, sehr wichtig. Und bei Götz von Berlichem haben wir zum Beispiel auch einen Mechanismus, den man nicht übersehen darf. Wenn ich eine Fäde habe oder ich als Nichtritter, als nicht oder nicht als mächtiger Ritter eine Fäde führen will, ich kann mir einen Fädehelfer holen. Götz von Berlichem übernimmt eben gewerblich quasi Fäden anderer und führt sie zu Ende. Und so jemand kann ich mir holen. Also wenn ich Kontakt habe, wenn ich die Möglichkeit habe, dann kann ich mir auch mein Recht leisten. Dann kann ich mir einen dafür holen. Und hier sind wir wieder in dem Bereich, ich habe ja mal gesagt, Ritter sind ein bisschen wie Gangster-Rapper. Ich komme zu meinem Recht, wenn meine Gang groß genug ist. Wenn ich genügend Homies habe, mit denen ich in die Schlacht ziehen kann. Und dann funktioniert das Ganze halbwegs. Natürlich gibt es auch einen Abschrecken. Also ich werde nicht einen Ritter zur Fäde oder befäden, von dem ich weiß, dass er sehr, sehr mächtig ist. Das ist keine sehr gute Idee. Auch Städte sind übrigens wahnsinnig oft in Fäden verwickelt. Städte erklären Fäden. Städte werden Ziel von Fäden. Nürnberg hat zum Beispiel ständig Dutzende Fäden, die gegen sie geführt werden. Es sind ganz viele involviert. Bei Frankfurt am Main ist es zum Beispiel so, dass die im frühen 14. Jahrhundert sehr, sehr viele Fäden geführt haben. Auch wirklich Dutzende, aber Dutzende. Dann kommt es zur Kronberger Fäde. Die Kronberger Ritter sind so ein alter Feind der Frankfurter. Es kommt zur offenen Feldschlacht. Nur dummerweise sind die Kronberger mit den Kurpfälzern verbündet. Es kommt dann zur Schlacht von Echborn, die furchtbar in die Hose geht. Es ist ganz berühmt, dass die Frankfurter Bäcker gefangen genommen werden, was dann in Frankfurt echte Versorgungsprobleme mit sich bringt. Und nach diesem Schock, also sie müssen noch über 100 Jahre, wird das Lösegeld für diese Bäcker abbezahlt. Danach führt Frankfurt von sich aus quasi keine Fäden mehr. Sie sind in Fäden verwickelt, Fäden, die ihnen erklärt werden. Gleichzeitig haben sie auch noch so ein Mechanismus, dass sie für ihre Landwehr, da gibt es ja Befestigungen, und die werden oft von Rittern besetzt. Also wird dann auf ein halbes oder ein Jahr ein Ritter mit seinem Folge angeworben, der auf diese Burg gesetzt wird oder auf diese Befestigung gesetzt wird. Und da ist es zum Beispiel sehr beliebt, Ritter anzuwerben, die eigentlich mit Frankfurt in der Fäde liegen. Solange die dann angeheuert sind, ruht die Fäde, und danach wird sie teilweise wieder aufgenommen. Nicht immer, manchmal ist man danach wieder versöhnt, aber manchmal wird sie danach direkt wieder aufgenommen. Aber für die Zeit hat man sich im Prinzip Ruhe erkauft. Gut, wenn dann die Fäde weitergeht, geht man auch gerne mal hin zur Stördeburg und hängt dann diesen Fäderritter trotzdem auf. Gibt es durchaus. Raubritter ist dagegen eine andere Angelegenheit. Der Begriff Raubritter ist nicht mittelalterlich. Er ist modern. Im wissenschaftlichen Kontext sollte man ihn am besten gar nicht verwenden, denn er ist problematisch. Denn in allen Fällen, diese Raubritter sind, entweder gibt es gute Gründe, warum sie das tun, was sie tun, oder es wird völlig übertrieben, was sie tun, oder eigentlich sind es Fäderritter. Also gerade Appeline von Geiling ist eigentlich ein Fäderritter. Nicht das, was wir heute als Raubritter bezeichnen würden. Schott von Schottenstein dagegen ist durchaus eher Raubritter, der natürlich auch Fäden führt, aber das Ganze durchaus willentlich tut. Aber wie gesagt, da haben wir ganz oft eine sehr einseitige Berichterstattung. Wir können es bei Hans Kohlhase zum Beispiel sehen. Da haben wir eine unfassbar gute Quellenlage, weil eben diese Prozesse und diese ganzen Vermittlungsversuche im 16. Jahrhundert schon aufgeschrieben wurden. Und wir sehen daran, dass viele, viele Beschuldigungen ihm gegenüber gar nicht wahr sind. Er hat eine Menge Mist gemacht, aber vieles, was ihm untergeschoben wird, hat er nicht getan. Und das finden wir bei vielen Raubrittern. Also Raubritter ist immer so ein Punkt. Wir haben immer Interessenskonflikte. Wir haben immer verschiedene Quellen. Und ganz oft sind es eben die städtischen Quellen, die über diese Räuber klagen, über Räubernester. Andererseits ist für eine Stadt jeder, der Wegzoll erhebt, letztlich einen Räuber. Das ist so ein Gedanke, den wir heute irgendwie wieder haben. Steuern sind Diebstahl. Schräge Idee. Aber das haben wir bei den Städten damals eben auch schon. Je weniger Abgaben, desto besser. Und teilweise haben wir auch relativ enge Bündnisse zwischen den Landesherren und den Städten. Es gibt zum Beispiel in Württemberg den Aufstand des armen Konrad. Das wird heute gerne auch als Baueraufstand gesehen. Sind tatsächlich eher Bürgerliche, die sich dagegen wehren, dass die sehr reichen Bürger und der Landesherr gemeinsame Sachen machen und letztlich mit Abgaben sich gegen die niederen Schichten verbünden. Und solche Bündnisse haben wir teilweise häufiger. Also da kommen dann die Ritter von zwei Seiten unter Beschuss. Und letztlich, ja, man kann jetzt je nach Sichtweise sagen, Franz von Sicking ist für die Ritter ein Freiheitskämpfer. Für die Städte ist er ein Räuber. Und da sind wir schon im grundsätzlichen Problem der Raubritter als Ganzes. Das ist die Schwierigkeit des Ganzen. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, was ihr noch so an Beispielen kennt, an berühmten Raubrittern. Wie sehr seid ihr diesem Bild verhaftet gewesen? Ist das für euch immer so eine grundsätzliche Vorstellung gewesen von den raubenden Rittern? Schreibt es in den Kommentaren. Ich bin total gespannt. Und wie gesagt, wer noch mehr erfahren will über Götz von Berlichen und seine Burg Hornberg, unten unter dem Video sind die beiden Links auf die aktuelle Folge Bau die Burg auf dem SWR-Wissenskanal und auf den Stream auf dem ARD-Kanal auf Twitch. Könnt ihr euch beide anschauen, sind beide unterhaltsam. Kann ich empfehlen. Es gibt auch ein bisschen was von mir zu sehen. Ja, das war das Thema Fede und Raubritter. Ich hoffe, es nützt euch, gerade im Bereich der angewandten Geschichte. Also egal, ob Lab oder Rollenspieler ähnlich ist. Ich hoffe, das ist wieder so ein Punkt, den ihr nutzen könnt, weil ich finde das Thema Fede zum Beispiel fürs Rollenspiel fantastisch gut. Also großartiges Ding. Kann man ganz, ganz viel draus machen. Kann man wunderbare Abenteuer drum stricken. Ich hoffe, es ist euch irgendwie nützlich. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis dann. Macht's gut und bleibt gesund.